In diesem Video hat mich ein Callcenter mit einem unerlaubten Werbeanruf belästigt. Das lasse ich natürlich nicht auf mir setzen und führe die Mitarbeiter ein wenig an der Nase herum. Wann sind Sie geboren? 2.8. Und die Handynummer? Ja, was ist damit? Weil gleich werde ich Ihnen auch eine SMS schicken. Ne, sie schmeicheln mir da, aber ich habe kein Interesse an Männern. Nicht für das Herzentenfahren? Ja, jetzt versuchen Sie mich nicht, sich rauszureden. Das Ganze treibe ich so weit, bis ich mit der Chefin von der Chefin rede. Ne, weil die zweite Kollegin, die mit mir gesprochen hat, hat gesagt, Sie wären die Abteilungsleiterin. Ja, Abteilungsleiterin ist sie schon, aber ich bin ja die Vorgesetzte hier. Das heißt, Sie sind die Superabteilungsleiterin? Genau, sozusagen. Okay, das heißt, Sie haben den vollen Durchblick. Genau. Am Ende konfrontiere ich diese Chefin dann, dass die mich eigentlich gar nicht anrufen dürften. Und Ihre Gegenargumente fallen wirklich sehr schwach aus. Was ist jetzt Ihre Vermutung? Wo haben Sie Bedenken? Also, warum sind Sie so negativ eingestellt? Ja? Ja, meine Vermutung ist, Sie haben keine telefonische Werbeerlaubnis. Alles, was Sie wahrscheinlich haben, ist ein E-Mail-Double-Opt-In. Das reicht aber in keinster Weise aus, um Werbeanrufe zu machen. Das ist aber eine falsche Vermutung, Herr Zentnerfahn. Sie können gar kein telefonisches Opt-in von mir haben, weil ich auf dieser Telefonnummer exakt null telefonische Opt-ins rausgegeben habe. Also, ich sage ja auch nicht, dass Sie das Telefon... Es reicht ja da auch, wenn Sie einen Account öffnen. Ob Facebook, ob E-Mail oder sonstiges, geben Sie ja damit die Bestätigung ab. Am Ende schaffe ich sogar, dass Sie relativ trotzig wird. Sie können gerne die Rufnummern, die ich Ihnen gerade eben durchgegeben habe, gerne mal kontaktieren und mal schauen, ob wir dann rangehen oder nicht. Ob Sie dann jemanden dort erreichen oder nicht. Also, ich finde, das ist jetzt eigentlich gar nicht zum Lachen. Ich hoffe, der Anruf gefällt euch. Ich hatte erst überlegt, diese Woche noch ein Infovideo zu machen. Aber es gibt auch eine Menge Leute, die das Ganze nicht interessiert und die einfach nur die Anrufe sehen wollen. Und für die wäre es doof, wenn sie drei Wochen keine Videos haben. Zu der ganzen Thematik wird natürlich nochmal was kommen. Eine Sache kann ich dazu jetzt schon sagen. Ich hatte ja erwähnt, dass alle auf Anfrage ihr Geld bei Patreon zurückbekommen können. Ich habe mich jetzt aber entschieden, den Refund selber manuell zu geben, auch wenn ihr nicht danach gefragt habt. Außerdem wäre auf diesem Video eigentlich Werbung für RhinoShield. Ich habe mich aber auch mit denen zusammengesetzt und das Ganze auf unbestimmte Zeit verschoben. Weil ich denke, es wäre unpassend nach den letzten beiden Videos, obwohl die Abmachung mit RhinoShield davor getroffen wurde. Und ich dafür ganz normal alles Geld bekommen würde. Egal wie schlecht die Resonanz wäre, hätte ich auf diesem Video doch Werbung für RhinoShield gemacht. Aber jetzt viel Spaß mit dem Anruf. Von der Strom- und Energieberatung spreche ich mit Herr Zentern-Fahn. Ja, einen fröhlichen guten Tag. Das ist ja eine interessante Begrüßung, habe ich noch nie gehört. Herr Zentern-Fahn, wir rufen Sie wegen der Preiserhöhung in Eure Ortschaft bei der 12529 Berlin. Da sind Sie doch immer noch wohnhaft, richtig? Ja. Beziehen Sie nur Strom und auch Gas? Ja. Beziehen Sie nur Strom und auch Gas? Ja. Also Sie beziehen Strom und Gas? Toll. Nein, nein, sorry. Ich glaube, Sie haben es falsch verstanden. Okay. Was zahlen Sie denn monatlich für Strom? So um die 80 Euro. Okay, schaue ich mal nach. Wissen Sie, wie viel Kilowatt Sie zur Verfügung haben? Oder soll ich selber nachschauen, ganz schnell für Sie? Ja, machen Sie mal. Okay, dann schaue ich mal ganz schnell für Sie nach. Okay. Oder warten Sie, ich kann es auch kurz hier nachgucken. Wenn Sie möchten, ja. Können Sie auch nachgucken. Warten Sie, ich gucke mal. Okay. Okay, das sind 2,7 Millionen Joule. Okay. Einen Moment bitte. Okay. Also sind es, schaue ich mal nach. Sind es die 2.500 Kilowatt, was Sie haben? Nee, nee, ich habe gesagt, ich habe 2,7 Millionen Joule an Verbrauch, steht hier. Das berechnen wir ja auf Kilowatt. Achso, muss man das noch umrechnen? Ich habe es schon umgerechnet. Das sind die 2.500. Also hier steht 2,7 Millionen. Das ist Joule. Wir rechnen doch es auf Kilowatt. Ja. Wie viel Joule ist denn ein Kilowatt? Hier in meinen Tarif schreibe ich es rein und das rechnet sich automatisch. Ja, aber das ist ja nur eine Schätzung, ihr es, oder? Nein, das ist keine Schätzung. Wir haben die 2.500 Kilowatt zur Verfügung. Aber wie wollen Sie das, wie kommen Sie auf die Zahl? Das verstehe ich nicht. Okay, das kann ich auch Ihnen ganz schnell sagen. Sie bezahlen doch die 80 Euro im Monat, richtig? Ja. Okay. Für 80 Euro bekommen Sie sowieso nur die 2.500 Kilowatt. Nein, Sie wissen ja nicht, wie viel ich dafür bezahle. Sie haben doch gesagt, dass Sie die 80 Euro bezahlen. Ja, aber Sie wissen ja nicht, wie viel ich pro Kilowattstunde bezahle. Bei E.ON Energie sehe ich die Preise hier. Aber Sie wissen ja nicht, welchen Vertrag ich habe. Also hier steht 2,7 Millionen Joule und ich würde auch gerne weiter 2,7 Millionen Joule haben. Ich weiß nicht, ob Kilowatt ist da... Das klingt für mich nach weniger. Sie haben die 2.700 Millionen Joule, haben Sie gesagt, ne? Genau, 2.700 Millionen Joule. Das habe ich gesagt. Okay, dann rechnen wir es wieder mit 2.700 Joule aus. Millionen Joule aus, okay? Okay, das finde ich gut. Okay. Wobei Kalorien ginge auch. Wir können es auch in Kalorien rechnen. Sie haben... Wir können es auch mit Kalorien rechnen. Ja, ist mir egal. Joule oder Kalorien kann ich beides mit umgehen. Weiß ich noch aus der Schule. Okay, dann schaue ich mal ganz schnell nach. Sie haben jetzt einen Arbeitspreis bei der E.ON von... Was ist das? 34 Cent. Im Hintergrund. Wie bitte? Bop, 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 bop. Was war das gerade? Wie bop, bop, bop? Das war bei Ihnen im Hintergrund. Bop, 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 ganz laut. Was war das? Vielleicht von den Leitungen, weiß ich jetzt nicht. Okay. Ich schaue jetzt nach. Sie haben die 34,06 Cent bei Ihren jetzigen Anbietern. Habe ich das? Sicher. Okay. Und in Eurer Ortschaft ist das günstigste, die E-Nogy. Und da bezahlen Sie nur noch die 69 Euro. Jetzt brauche ich ganz kurz Ihre Mithilfe, dass ich Ihnen auch alles schriftlich bestätigt nach Hause schicken kann. Brauche ich einmal die Zählernummer von Ihnen. Okay. Schauen Sie mal nach, bitte. Was ist das? Zählernummer. Das steht auf dem Jahresendabrechnung drauf oder auf dem Zähler selber. Ach so. Ja. Mhm. Soll ich eine Jahresendabrechnung raussuchen oder was? Schauen Sie mal bitte nach. Okay. Ich warte ja in der Leistung. Ist kein Problem. Okay. Machen wir so. Hat die E-Nogy oder so auch Bonusprogramme? Weil momentan kriege ich von der E.ON jedes Jahr einen Jahresvorrat an Kalendern. Sie bekommen was gutgeschrieben, weil Sie den Verbrauch nicht verbrauchen. Das bekommen Sie bei jedem Anbieter. Ja. Also den gutgeschrieben, wenn Sie den Kilowatt nicht verbrauchen, was Ihnen gegeben wurde. Und Sie bezahlen ja den monatlichen... Wenn es was ist, was ich sowieso bei jedem Anbieter bekomme, dann brauchen Sie es mehr... Dann macht es ja sowieso keinen Unterschied. Dann brauchen wir darüber ja gar nicht reden. Sie werden den monatlichen Abschlag weniger bezahlen, weil Sie hier einen günstigen Arbeitspreis haben. Mhm. Das ist ja wichtig. Ja. Also bei dem selben Verbrauch, bei dem gutgeschrieben, bekommen Sie nur bei dem Verbrauchen. Also nicht für den monatlichen Abschlag, sondern für den Verbrauchen. Und wenn Sie es nicht verbrauchen, bekommen Sie wieder Geld zurück. Ja. Mhm. Also einmal die Zählernummer bitte. Ja okay, dann suche ich jetzt die Endabrechnung aus. Okay, schauen Sie mal nach. Ich warte in der Leistung. Ist kein Problem. Ja. Ne, mir ist halt so Bonus-Sachen oder Kundenservice ist mir halt wichtig. Ja, da haben Sie auch recht. Das ist nur bei den Kilowatten so, Herr Centenfahren. Also wenn Sie den Kilowatt nicht verbrauchen, bekommen Sie das Geld zurück. Aber der monatliche Abschlag ist doch auch wichtig. Okay. Das ist günstiger bezahlt. Ja. Aber was ist denn jetzt, wenn ich in einem Monat mal... Ich habe ja einen Durchschnittsverbrauch von 2,7 Millionen Tausend Kilojoule. Und wenn ich da jetzt mal einen Monat drunter bin, dann... Was passiert dann? Wenn ich viel weniger verbrauche... Ich sage es Ihnen so. Zum Beispiel. Sie haben ja diesen Verbrauch jährlich. Das ist ein jährlicher Verbrauch bei Ihnen. Wenn Sie bei dem jährlichen Verbrauch nicht es verbrauchen... Zum Beispiel einen Monat haben Sie es nicht verbraucht. Zwei Monate haben Sie es nicht verbraucht. Dann bekommen Sie am Jahresende Geld zurück. Achso, am Ende des Jahres dann. Das wird ja einmal im Jahr ausgerechnet. Also, weil der Grundversorger bei Ihnen die EON ist, die EON wird immer noch bei Ihnen kommen. So, die EON liest den immer noch, obwohl ich bei jemand anderem bin. Ja, weil EON der Grundversorger bei Ihnen ist. Also, wenn ein Problem da gibt, bei den Zähler, bei den Leitungen und so, wird immer noch die EON kommen. Das ist der Lieferant, was Sie wechseln. Also, der monatliche Abschlag. Ja gut, dann gehe ich jetzt mal die Endabrechnung suchen. Okay, ich warte. Ich kann Sie ja so lange mitnehmen. Mein Telefon ist kabellos. Okay, okay. Ist kein Problem. Ja, die neue Technik ist schon krass. Da haben Sie recht. Okay, bis Sie die Zählernummer finden. Sie sind der Anschluss ins Habe und Herr Karl Zentner fahren. Richtig? Genau. Wann sind Sie geboren? Vierter, Achter. Und die Handynummer? Ja, was ist damit? Weil gleich werde ich Ihnen auch eine SMS schicken für die Nachfragung. Achso. Ne, Sie schmeicheln mir da, aber ich habe kein Interesse an Männern. Wie bitte? Sie schmeicheln mir da, aber ich habe kein Interesse an Männern. Ach, nichts für das Zählzenfaden. Ja, jetzt versuchen Sie sich nicht, sich rauszuregen. Wir nehmen die Handynummer dafür, für die Bestätigung. Ist klar. Für die Nachfrage für Inuji. Ja, genau. Okay, wenn Sie keine Handynummer geben möchten, geht es auch per E-Mail. Haben Sie eine E-Mail? Ja. Können Sie mir das geben, bitte? Welche? Ich habe ganz viele. Auf was Sie jetzt Zugang haben. Ich habe auf alle Zugang. Welche Sie möchten. Okay, dann suche ich mir eine schöne für Sie raus. Ich glaube, ich nehme einfach die einfache. Das ist einfach mein Vorname, ein Punkt, dann mein Nachname at gmail.com. Okay. Soll ich es buchstabieren? Nein, brauchen Sie nicht. Okay. Haben Sie es gefunden? Was denn? Zählernummer. Achso, ich dachte, ich soll jetzt erstmal die E-Mail raussuchen. Nein, Zählernummer brauche ich erst. Okay, dann mache ich das. Okay. Herr Zentrenfahrer, haben Sie es gefunden? Ja, wie sieht die Rechnung denn aus? Das ist eine Jahresendabrechnung. In der zweiten Seite steht es, in der Tabelle drin. Die Blätter sind einfach in Linie Farbe oder sind die weiß? Ich habe hier eine Menge Blätter. Okay, ich mache es so, ich gebe Ihnen mal meine Vorgesetzten. Einen Moment, bitte. Okay. Hallo Herr Zentrenfahrer, ich bin die Vorgesetzte hier. Sie suchen gerade die Jahresendabrechnung. Ja, genau. Der Mitarbeiter hat gesagt, da ist irgendwie eine Zählungsnummer drauf, die er dafür braucht. Genau, in der Verbrauchertabelle ist die Zählernummer auf der Rückseite. Okay. Haben Sie die Jahresendabrechnung? Ne, die suche ich ja gerade raus. Ich hätte ihn gefragt, aber irgendwie weiß, ob die eine bestimmte Farbe haben, weil ich habe hier eine Menge weiße Blätter und das würde das raussuchen etwas einfacher machen. Ne, also bestimmte Farbe nicht. Die Unterlagen sind ja immer weiß, ne? Okay. Ja, dann muss ich da wohl manuell durchgucken. Wo ist denn Ihr Zähler angebracht? Das geht ja einfacher, Herr Zentrenfahrer. Im Flur oder im Keller? Im Keller. Gut. In welchem Stoff wohnen Sie dann? Sechster. Sechster, okay. Dann können wir ein bisschen Sport machen, ne? Nehmen Sie mich doch mit in den Keller und dann können wir gemeinsam die Zählernummer ablesen. Okay, machen wir. Ja, das ist dann einfacher. Okay. Können Sie mir das sagen, weil Ihr Mitarbeiter wusste das nicht, wenn mein Verbrauch 2,7 Millionen Joule ist, wie viel das dann in Kilowatt ist? 2,7 Millionen Joule, wie viel das in Kilowatt ist? Ja, das konnte ich nicht beantworten. Okay. 2,500. Echt? Das ist ja einfach. Ja. Sie leben alleine, Herr Zentrenfahrer? Ja, die Freundin ist manchmal noch da. Okay. Gut. Genau. 2,500 das maximale 2 Erwachsene, was sie verbrauchen, samt auch, wenn sie Stromfresser haben. Also was ist jetzt die Umrechnung von Joule zu Kilowatt durch 1,000? Durch 1,000. Okay. Wie sind Sie denn darauf gekommen, Herr Zentrenfahrer? Meine Freundin studiert Physik. Ach so. Oh, okay. Ich höre Sie die ganze Zeit flüstern. Nee, ich höre Musik nebenbei. Deswegen, Sie hören Musik im Hintergrund. Nee, ich höre den Mitarbeiter, mit dem ich vorhin geredet habe. Okay. Er hat ja auch mich angesprochen noch mal, wie man das berechnet. Rästern Sie über mich hinter meinem Rücken? Nee, nee. Er hat mich gefragt, wie man das noch mal rechnet, weil Sie ihn ja auch darauf angesprochen haben. Ja. Genau. Und wie rechnet man es? Ja, durch 1,000. Ja. Das sind ja dann die 2,500. Okay, also 1,000 Joule sind 1 Kilowatt. Genau. Entschuldigung wegen meiner Stimme. Aber Kilo steht ja schon für 1,000, richtig? Genau, richtig. Das heißt, 1 Kilowatt sind ja 1,000 Watt. Genau. Das heißt, 1,000 Joule sind 1,000 Watt, richtig? Genau. Das heißt, 1 Joule ist 1 Watt. Jetzt bringen Sie mich gleich durcheinander, ja. Ja, aber warum gibt es das dann in unterschiedlichen Einheiten, wenn Joule und Watt genau das gleiche ist? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Jeder, also Physik, die Biologie, etc., jeder hat ja was anderes gefunden, ne? Ach so. Und sich das Rechnen eigentlich einfacher gemacht, das liegt wahrscheinlich daran. Das heißt, Joule ist von der Physik und Watt ist quasi dann von der Elektro-Elektrik? Genau, so ist es. Eigentlich gehört sie auch zur Physik, aber dann zur Elektrik, beziehungsweise. Das wurde dann quasi verschoben, oder? Genau, so ist es. Von den Wissenschaftsmenschen quasi aus der Physik genommen und an die Elektrik abgegeben. Obwohl die Physik ja auch zur Elektrik gehört, ne? Das sind halt nur zwei eigenständige Ideen. Ja, die Physik ist ja ein kleiner Teilbereich der Elektrik. Genau, genau so ist es. Mensch. Na gut, dass Sie sich so gut auskennen. Da fühle ich mich bei Ihnen in sehr sicheren Händen bezüglich Energie. Ja. Ich bin ja auch eigentlich schon beruflich Augenoptikerin, ne? Deswegen kenne ich mich mit der Physik schon sehr fahrweise gut aus. Ja, da können Sie mir mal helfen. Also wenn ich eine 3 cm Linse mit einer 13 Grad Krümmung habe, wie ist dann der Brennpunkt? Soll ich Ihnen das jetzt aufrechnen? Ja. Ich mach für Sie Sport, dann kann Sie doch für mich ein bisschen rechnen. Bin jetzt schon im dritten Stock. Oh Gott, das sind ja schon fünf Jahre her. Ach so. Ja. Ne, dann ist das ja zu schwer. Ja, genau. Das ist schon sehr lange her. Da müssen wir uns wohl lieber auf Ihr Fachwissen im Bereich Elektrik. Genau, genau so ist es. Ja, dann können Sie mich... Ich glaube auch an meine Vor... Ja? Ach so, Sie haben noch eine Vorgesetzte, okay. Ja, unsere Chefin hier, Abteilungsleiterin, ne? Ja. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, Herr Karl. Zentnerfaden, ja? Hallo. Hallo, ich hab das Gespräch jetzt übernommen, weil die Kollegen, die hat ja auch Mittagspause gehabt und ich bin jetzt hier die Vorgesetzte. Wir führen das dann gemeinsam mit Ihnen weiter. Sie laufen jetzt ins Keller, in den Keller? Ja, ich bin momentan im zweiten Stock. Okay, dann können wir gerne... Genau, also stehen Sie jetzt vor dem Zählerkasten oder... Nee, der ist im Keller, der ist im Minus-einsten Stock. Ich muss gerade noch weiter runtergehen. Ach so, okay, dann kann ich ja warten. Warum werde ich denn jetzt hier so rumgereicht wie ein Bordellmädchen? Ne, normalerweise übernehme ich ja die Gespräche, aber das Problem ist jetzt gerade eben dies gewesen. Ich war in einer anderen Besprechung, in einer anderen Leitung, deswegen hat die Kollegen das von dem Kollegen, der neu aus der Schulung raus ist, übernommen gehabt, deswegen, ne? Ah. Ja. Also ich reiche jetzt nicht mehr weiter. Auch nicht, wenn ich ganz lieb frage. Nee. Okay. Ja, nee, weil die zweite Kollegin, die mit mir gesprochen hat, hat gesagt, Sie wären die Abteilungsleiterin. Ja, Abteilungsleiterin ist sie schon, aber ich bin ja die Vorgesetzte hier. Ne? Das heißt, Sie sind die Superabteilungsleiterin? Genau. Ja, sozusagen. Ja. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Nee, hat das wirklich nicht. Also wir haben ja jetzt hier einen Umrechner. Das heißt, das wird jetzt nicht von uns manuell umgerechnet oder sonstiges. Ich sehe nämlich hier gerade, dass Sie mit 2500 Kilowatt eingestuft worden sind über E.ON. Richtig? Ja. Aber in was denn? Genau. Das ist jetzt Kilowatt, was ich hier sehe. Also Joule sehe ich hier nicht, um ehrlich zu sein. Ich sehe ja, mit wie viel Kilowatt Sie eingestuft worden sind. Okay, aber stimmt das denn? Sie kennen sich doch mit Energie aus. Ja, mit Energie ja, aber mit der Umrechnung nicht. Das ist ja die Rechnungsabteilung, die Berechnungsabteilung, weil wir haben jetzt die Systeme, wo das System... Sie haben eine Berechnungsabteilung? Genau, das ist die Berechnungsabteilung, die die Zusammensetzung dann durchführen. Bei uns wird das jetzt hier automatisch angezeigt und automatisch umgerechnet laut System. Aber warten Sie mal. Wenn Sie jetzt die Superabteilungsleiterin sind, sind Sie ja quasi am Standort die Chefin oder... Ja, das finde ich, ich meine, ich habe ja auch einen obersten, Herr Zentner, Fahnen. Also so ist es ja nicht. Genau. Ja, gut, weil was mich noch ein bisschen wundert, ist, warum Sie diese Nummer überhaupt anrufen. Warum wir diese Rufnummer anrufen? So, ich schaue mal nach. 0-4-4-8-8. Also sind wir örtlich jetzt für die 1-2-5-2-9 in Berlin zuständig. Wir rufen jetzt dort bei jedem an, die dort wohnhaft sind. Weil es gab ja eine allgemeine Preiszeichnung von 17,8 Prozent in Deutschland. Das haben Sie ja bestimmt mitbekommen. Und für Ihre Ortschaft sind Sie als zuständig, genau. Sie haben gesagt, Sie sind in Frankfurt. Was ist Ihre Anschrift? Also die Anschrift, das kriegen Sie ja alles schriftlich rausgeschickt. Der Zentner, Fahnen, ne? Ja. Es geht jetzt hier nicht um unsere Anschrift, sondern wir haben ja für Sie jetzt hier, was wir rausgesucht haben, ist ja die RWE. Ich weiß, es ist bloß bei mir so, das wissen Sie ja sicher auch, man soll mit am Telefon keine Verträge machen, wenn man nicht die Anschrift des anderen kennt. Das ist ja klar. Also ich weiß jetzt nicht, worauf Sie hinaus wollen. Die Anschrift kann ich hier natürlich wegen Datenschutzgründen nicht rausgeben, aber das kriegen Sie ja sowieso per Post rausgeschickt. Und der Vertrag verbleibt ja nicht telefonisch, sondern der Vertrag kommt ja erst dann zustande, nachdem Sie die ganzen Unterlagen erhalten haben. Das ist ja klar. Also ich weiß nicht, welches Verständnis von Datenschutz Sie haben, aber Datenschutz bezieht sich auf Personen, nicht auf Firmen. Sie können mir eine Firmenadresse rausgeben, das hat nichts mit Datenschutz zu tun. Nee, also von der Vermittlungsabteilung darf ich das jetzt hier nicht tun. Doch. Ich habe Ihnen ja die Telefonnummer alles Mögliche durchgegeben. Also vorbeischauen möchte ich ja nicht bei uns, oder wie? Ja? Ich möchte wissen, von wo ich angerufen werde. Sie rufen mich ja an. Ja, aus Frankfurt, natürlich. Ja, von wo genau. Da habe ich ein Recht drauf sogar. Äh, also Herr Zentnerfarm, die Anschrift, sie wird Ihnen alles mit beigelegt, mit denjenigen, die Sie dann in Kontakt treten können, oder nicht. Ja, ich möchte aber nicht die, das ist ja wahrscheinlich nicht die Anschrift von Ihnen. Ich will Ihre Anschrift, Sie rufen mich ja an. Wir sind aber von der Vermittlung, wir sind ja Ihr Anbieter oder auch nicht die nächste Anbieter. Nee, also das kann ich leider nicht durchgehen. Sie sind mein Geschäftspartner hier, Sie haben mich angerufen, das heißt, ich habe ein Anrecht darauf zu erfahren, wer mich anruft. Und das ist inklusive Ihrer Adresse. Also Geschäftspartner sind wir ja nicht, Ihr Geschäftspartner ist ja die zukünftige RWE, nicht wir, Inuji, ne? Doch, Sie sind auch der Geschäftspartner, weil Sie die Vermittlung übernehmen. Sie sind ein Mittelsmann, da sind Sie genauso geschäftsmäßig drin. Wenn Sie sich da nicht sicher sind, dann können Sie mich auch Ihrem Vorgesetzten geben. Der wird das sicher verstehen. Also ich teile Ihnen ja das mit, was ich hier zu sehen habe, und beziehungsweise was ich darf und was ich nicht darf, weiß ich ja Bescheid, ne? Also da muss ich Sie ja nicht weiter erreichen, eigentlich nur um Sie. Aber wenn Sie ein anderes Sachverhalt haben, kann ich das gerne weitergeben. Ja, ich würde gerne mit Ihrem Vorgesetzten reden. Gut, dann kann ich das ja gerne so weiterleiten, dass Sie dann zurückgerufen werden, weil im Platz ist er ja jetzt nicht momentan, ne? Gut, dann kann ich ja zurückrufen. Genau. Ich fahre aber gleich weg, also dann muss er es vielleicht ab nächster Woche Montag versuchen, wenn er mich heute nicht mehr erreicht. Ja, ich kann ja die Unterlagen rausschicken. Herr Zender, was hat das denn jetzt mit unserer Anschrift zu tun, bitte schön? Das ist so eine Regel. Man sollte doch die Anschrift derjenigen kennen, mit denen man einen Vertrag abschließt. Es ist ja so, wenn Sie nichts zu verstecken hätten, dann würden Sie das vielleicht da rausgeben. Dass Sie sich gerade so sehr weigern, die rauszugeben, macht mich misstrauisch, ehrlich gesagt. Warum soll Sie das denn jetzt misstrauisch machen? Doch, nicht. Meine Vorbeikommen können Sie ja sowieso nicht. Und das ist halt die Anschrift, wo die Vermittlung berufstätig ist. Das heißt aber nicht, dass ich Ihnen nicht die Anschrift von der RWE oder von der Enoji durchgeben kann oder darf. So ist es ja nicht. Sie werden den Strom über die Enoji beziehen, über die RWE. Das hat ja nichts mit uns zu tun, Herr Zentnerfahnd. Sie kriegen ja über uns nur die Unterlagen. Und das wird ja auch von der RWE rausgeschickt, nicht von unserer Abteilung, ist ja klar. Der Sachverhalt, die Arbeitsweise wird ja nur laut System an die RWE von uns weitergeleitet. Womit hat das denn mit unserer Anschrift jetzt zu tun, das Ganze? Ganz einfach. Sie sind ein Geschäftspartner. Und wenn da irgendwas schiefläuft, dann will ich mir sicher sein, dass Sie sich da nicht hinterher irgendwas verstecken. Nein, aber verstehen Sie, hinter einer Telefonnummer, alle Daten, die Sie mir bisher gegeben haben, hinter denen kann man sich super leicht verstecken. Namen, Telefonnummer, das sagt überhaupt nichts aus. Die Anschrift wäre da wesentlich aussagekräftiger. Auch bezüglich Vertrauen. Gut, ich kann das ja dann gerne so weiterleiten und kann entweder direkt ich persönlich dann zurückrufen oder halt der Vorgesetzte von mir, ja? Dann muss ich auch darauf bestehen, dass Sie zurückrufen, weil es gibt mit diesem Anruf noch ein weiteres Problem. Ich weiß nicht, ob Sie sich bewusst sind, aber Sie haben ja gerade gesagt, Sie rufen bei mir aufgrund meiner Postleitzahl an, richtig? Ja, und indem Sie sich auch natürlich irgendwo eingetragen haben. Genau, das ist die Sache. Diese Telefonnummer habe ich speziell aus einem anderen Grund gekauft. Diese Telefonnummer habe ich nirgendwo eine telefonische Werbeerlaubnis gegeben. Das heißt, Sie können gar nicht das Recht haben, diese Nummer anzurufen. Herr Zentnerfahren, ich kann jetzt hier nicht einsehen, wo Sie was angeklickt haben oder wo Sie was eingetragen haben oder irgendwie, wo Sie sich registriert haben. Das kann ich natürlich nicht sehen, aber das sind ganze Optim-Daten, mit der wir zusammenarbeiten, wobei die Kunden aus irgendeinem Grunde, ob bewusst oder unbewusste Bestätigung damit abgeben, angerufen werden zu dürfen. Ja, haben Sie eine E-Mail, die ich da bezüglich dazu nochmal anschreiben kann, weil da habe ich auch Beweise, die ich jetzt nicht mündlich geben kann, sondern in Schriftform. Also das ist ja dann wiederum mal die Fachabteilung. Das hat ja auch nichts jetzt mit uns zu tun. Ich kann Ihnen gerne an die E-Mail-Adresse, was wir jetzt haben, eine E-Mail rausschicken, wobei Sie dann daraufhin antworten können. Das können wir gerne machen. Ja, wenn Sie mir eine E-Mail schicken, auf die ich antworten kann, dass Sie das bekommen, dann machen wir das. Gut, so machen wir das dann. Die E-Mail-Adresse habe ich ja jetzt hier, karlzentnerfahn.gmail.com, na? Genau. Gut, alles klar. Ich bedanke mich dann herzlich bei Ihnen daraus. Nein, senden Sie die E-Mail jetzt, oder? Nee, nicht jetzt. Das wird ja nicht ich senden, sondern die andere Abteilung. Deswegen muss ich das ja erst weitergeben, Herrzentnerfahn. Achso, nein. Ich will Sie ranhaben, weil Sie sind diejenigen, die mich angerufen haben. Und was ich... Dann kann ich das... Ja, was meine Vermutung... Oder was mein Problem... Was ist jetzt Ihre Vermutung? Ja, was ist jetzt Ihre Vermutung? Wo haben Sie Bedenken? Also, warum sind Sie so negativ eingestellt? Ja? Ja, meine Vermutung ist, Sie haben keine telefonische Werbeerlaubnis. Alles, was Sie wahrscheinlich haben, ist ein E-Mail-Double-Opt-In. Das reicht aber in keinster Weise aus, um Werbeanrufe zu machen. Das ist meine Vermutung. Das ist aber eine falsche Vermutung, Herrzentnerfahn. Sie können gar kein telefonisches Opt-In von mir haben, weil ich auf dieser Telefonnummer exakt null telefonische Opt-Ins rausgegeben habe. Also, ich sage ja auch nicht, dass Sie das Telefon... Es reicht ja da auch, wenn Sie einen Account öffnen. Ob Facebook, ob E-Mail oder sonstiges geben Sie ja damit die Bestätigung ab. Sie zeigen wieder, dass Sie Datenschutz nicht verstehen. Nein, das ist nicht so. Also, ich verstehe gut vom Datenschutz. Ja, also, worauf möchten Sie jetzt hinaus? Weil, ja, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich möchte darauf hinaus, dass das ein illegaler Anruf hier ist. Und Sie haben sich gefälligst dafür, ein Recht zu fertigen, wenn Sie das machen. Nee, so ist es natürlich nicht. Sie können einen Werbeanruf bei denjenigen gar nicht zurückrufen. Das wissen Sie ja bestimmt. Sie können gerne die Rufnummern, die ich Ihnen gerade eben durchgegeben habe, gerne mal kontaktieren und mal schauen, ob wir dann reingehen oder nicht. Ob Sie dann jemanden dort erreichen oder nicht. Also, ich finde das jetzt eigentlich gar nicht zum Lachen. Nein, mir geht es darum. Verstehen Sie? Glauben Sie... Nee, Sie beschuldigen uns hier mit irgendetwas, wovon Sie eigentlich gar keine Ahnung haben, Herr Zentner-Sahn. Mal andersrum gesehen, ne? Okay, wo habe ich was Falsches gesagt? Wenn ich keine Ahnung habe, dann sagen Sie mir doch bitte, wo ich was Falsches gesagt habe. Ja, Sie sagen, dass das keine Optiendaten sind oder sonstiges. Ich meine, ich weiß, dass wir mit Optiendaten arbeiten. Sie arbeiten mit E-Mail-Opt-In. Das heißt, man bekommt eine E-Mail, da klickt man einen Link an, um das zu bestätigen. Das reicht aus, dass Sie mir Werbemail schicken dürfen. Das reicht nicht aus, damit Sie mich anrufen dürfen. Nee, wir arbeiten nicht mit Werbe-Opt-In oder Werbemails oder wie auch immer. Nein, Sie wissen nicht mehr, wie die Opt-Ins heißen. Das heißt, E-Mail-Double-Opt-In, damit arbeiten Sie. Und das, was Sie brauchen, ist telefonisches Opt-In. Okay, und was machen wir jetzt? Gut. Gehen wir mal davon aus, Sie haben recht. Ich will, dass Sie nachweisen, dass Sie mich angerufen haben. Und wenn Sie es nicht tun, dann ist das ein illegaler Werbeanruf. Und dann müssen Sie sich dafür rechtfertigen. Gut, Sie können das ja aufnehmen, wie Sie es wünschen, Herr Zentner. Ich darf es aufnehmen, wie ich möchte. Nee, Sie können es aufnehmen, wie Sie es möchten. Ob Sie das jetzt negativ aufnehmen oder positiv. Ob Sie jetzt der Meinung sind, ob das so ist oder nicht. Ich meine, ich kann ja hier erzählen, was ich will. Sie glauben ja nicht. Was kann ich denn da noch machen zu Sie? Na? Sie können es von mir aus so aufnehmen. Gut, das sind dann halt nicht solche Daten, mit der wir arbeiten und wie auch immer. Haben Sie sonst noch irgendein Anliegen oder eine Frage, bevor ich das Gespräch beende? Ja, wo kann ich mir... Also, Sie haben eine Nachweispflicht davon für diese Werbeerlaubnis. Die möchte ich hiermit einholen. Also, ich sage Ihnen hiermit, dass Sie mir bitte nachweisen. Ja, und zwar schreiben Sie bitte dazu, telefonisches Opt-in. Und was Sie sich auch noch aufschreiben sollten, ist Bundesgerichtshof Urteil IZR 164-09. Gut, machen wir das. Ja, haben Sie es aufgeschrieben? Nee, das wird ja... Das brauche ich nicht. Das kann ja überprüft werden. Das ist der relevante Teil. Das sollten Sie sich aufschreiben dazu. Sonst wird es ewig dauern mit der Bearbeitung. Ich versuche es nur für Sie auch einfacher zu machen. Ja, ich werde das gerne weitergeben. Sie werden kontaktiert und dementsprechend dann auch, wie Sie wünschen, dann halt das Ganze wird dann bearbeitet. Ob Sie jetzt die Löschung wünschen, ob Sie dann wünschen, dass es dann bewiesen wird, ob das jetzt Opt-in ist oder nicht. Das wird alles dann mit Ihnen besprochen. Aber ich bin die falsche Ansprechpartnerin. Ja gut, das Einzige, was ich gerade sicherstellen möchte, ist, dass die Personen, die diesen Fall bearbeiten, an die Sie das jetzt weiterleiten, alle wichtigen Informationen schon haben. Ja, aber Sie werden doch sowieso diesbezüglich kontaktiert. Das müssen Sie ja mit denen besprechen, nicht mit mir deswegen. Das können Sie ja gerne dann mit Ihnen teilen. Das können Sie ja gleich dazuschreiben. Also ich möchte gerne, dass Sie ein paar Punkte dazuschreiben. Das wird die Sache sehr verschnellern. Ich hoffe noch, dass das Ganze eine positive Lösung hat und nicht in irgendwas Schlimmes endet. Ich meine, gucken Sie sich mal das Callcenter von der AOK an. Die haben dann am Ende 100.000 dafür gezahlt und das wollen Sie ja sicher nicht. Herr Zentnerfahn, ich meine, ich weiß jetzt nicht, worauf Sie wieder hinaus wollen. Das, was ich gerade genannt habe. Also mit der Feststellung kommen wir ja nicht weiter. Nein, überhaupt nicht. Ich muss das Gespräch jetzt leider Gottes beenden, weil ich noch 17 Anrufer in der Leitung habe, in der Warteschlange. Die muss ich ja auch nicht entgegennehmen. Na, haben Sie sonst noch was zu sagen, bevor Sie kontaktiert werden von der Fachabteilung? Ich würde es bitte nicht, dass Sie mich der Bestechung bezichtigen. Nur weil Sie falsch verstehen, was ich sage. Doch, Sie sagen ja... Sie geben Sätze von sich. Nee, also Sie sagen irgendetwas mit der AOK, was Sie da zahlen müssen. Ja. Das ist eine Erpressung, nichts weiteres Herr Zentnerfahn. Ist das nicht? Ja gut, dann habe ich das wahrscheinlich relativ aufgenommen. Gut, alles klar. Ich muss das Gespräch jetzt beenden, weil ich mit den anderen... Ja gut, war ich nicht. Ich wollte Ihnen bloß sagen, das hier ist die offizielle Anfrage an Sie, dass Sie mir diese Werbeerlaubnis liefern müssen. Das heißt, Sie haben jetzt eine Frist von einem Monat. Wenn Sie mir bis dahin die Bestätigung nicht liefern, haben Sie ein Problem. Schön. Okay, danke. Tschüss. Danke, ciao. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.